Ich bin Yannik, ich studiere Smart Factory. Hallo, ich bin Michaela Rauch und ich studiere Smart Factory hier. Also ich bin die Sarah, ich studiere Smart Factory im Masterstudiengang, jetzt im ersten Semester. Ich bin Ozan Chakla und ich studiere auch Smart Factory, wir sind beide im Master. Ich bin Michelle und ich studiere auch Smart Factory im Master und habe tatsächlich an der Hochschule Esslingenau schon mein Bachelor im Wirtschaftsingenieurwesen gemacht und habe gedacht, es war so schön, da bleibe ich doch gerade hier an der Hochschule. Jetzt noch schnell bis 15. Juli für den Smart Factory Master bewerben.